In diesem Video geht es um The 1975. Ich erkläre dir, wie die Band entstanden ist und welche Songs du vielleicht kennen könntest. The 1975 ist eine britische Band, die im Jahr 2002 gegründet wurde. Ursprünglich nannten sie sich Me & You vs. Them, änderten jedoch später ihren Namen. Die Bandmitglieder sind Matthew Healy, Adam Henn, Ross MacDonald und George Daniel. Sie alle trafen sich während ihrer Schulzeit in Wilmslow, Cheshire. Die Musik von The 1975 ist eine Mischung aus verschiedenen Genres wie Pop, Rock und Elektronik. Sie sind beeinflusst von Bands wie Radiohead, Talking Heads und Michael Jackson. Ihre Musik enthält oft komplexe Texte und vielschichtige Instrumentierungen. Das erste Album der Band, ebenfalls The 1975 betitelt, wurde 2013 veröffentlicht. Es erhielt überwiegend positive Kritiken und brachte der Band ihren ersten kommerziellen Erfolg. Mit Hits wie Chocolate und Girls erreichten sie eine breite Fanbasis. Nach dem ersten Album folgten weitere erfolgreiche Veröffentlichungen. I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it. Erschien 2016 und A Brief Inquiry into Online Relationships kam 2018 heraus. Beide Alben wurden gut von Kritikern und Fans aufgenommen. The 1975 ist bekannt für ihr Engagement in sozialen und politischen Fragen. Sie nutzen ihre Plattform, um Themen wie Klimawandel, Gleichheit und Menschenrechte anzusprechen. Ihre Musik und Videos enthalten oft Botschaften zu diesen Themen. Die Band ist auch für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt. Mit einer eindrucksvollen Bühnenpräsenz und visuellen Effekten schaffen sie eine einzigartige Atmosphäre. Sie haben bei vielen großen Musikfestivals weltweit gespielt. The 1975 hat mit verschiedenen Künstlern und Produzenten zusammengearbeitet. Sie haben Remixe für andere Bands gemacht und auch Musiker für spezielle Projekte eingeladen. Diese Kollaborationen haben oft zu interessanten und unerwarteten musikalischen Ergebnissen geführt. Die Band hat mehrere Preise und Nominierungen erhalten, darunter Brit Awards und NME Awards. Ihre Musik und ihre Texte werden oft für ihre Originalität und Tiefe gelobt. Sie haben auch eine treue Fan-Community aufgebaut, die sich über die ganze Welt erstreckt. Auch in den letzten Jahren bleibt die Band aktiv. Sie arbeiten an neuen Alben, gehen auf Tour und engagieren sich weiterhin in sozialen Projekten. The 1975 bleibt eine Band, die sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich relevant ist.